Auf jeden Fall mit beeinflussen kann, je nachdem, wer mit dem Regen dann besser zurechtkommt, mit dem tiefer werdenden Rasen, der scheint hier dann womöglich auch die besseren Chancen zu haben auf einen Erfolg. Das sieht schon einfach grandios aus hier, eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Den knallt er einfach mal weg. Léger sum. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Ja, das war faul, ganz klar, Freistoß. Boah, das geht hier gleich richtig zur Sache, das komplette Pressing-Programm. Raus aus der Gefahrenzone. Raus aus der Gefahrenzone. Was für eine Ballbehandlung. Sehr guter Ball vor das Tor. Torhüter kommt raus und holt ihn sich. Torhüter kommt raus. 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 Fall wirklich verdient.